Hallo liebe Fußballfreunde meine Meinung über Katzen und ja, ich habe auch ein Haustier das auch eine Katze ist meine Mutter und meine Leon und auch nur meine Schwester so eine Katze hat heißen Holly Holly Meersberg ein Katzenthema eigentlich das sehr intelligenten Katzen eigentlich das sehr interessant ist das geht alles freiwillig schlafen gehen freiwillig laufen muss nicht alleine sein dass die Hunde immer macht alles nur freiwillig nur von Katzen machen selbstständig putzen selbstständig von Spezialgang machen ohne Mäusen jagen Beispiel und Vögeln klar meine Katze war hin und falls eine Straße Katze war aber jetzt nicht mehr eine Familie hat jedenfalls dass uns kommen aber von meiner Mutter seine Freundin hat zu uns gebracht zu uns Holly das unsere Katze ist ja aber eigentlich von Anfang von Katzen wir haben Willi Schmidt unsere Katze ähm das leider Gottes das gestorben ist von Magen-Darm-Krebs und zweite Katze heisst ein Tiger ich weiß nicht was das warum das gestorben ist und alle Gründe das hat ähm das auch leider gestorben ist und diese beiden Katzen machen meine Seele tut weh logisch das traurig ist das ganz formal aber ich könnte das sehr gut umgehen und das ganz formal von Trauer ähm immer zwei Katzen hat er gestorben einmal von Willi und einmal Tiger aber haben wir noch eine Katze gekriegt unsere Freunde hat uns gegeben das war von Straßenkatze war ähm und jetzt haben wir getauft unsere Katze die heißen Holly und das lebt noch ähm das ist echt richtig richtig goldig klar manchmal ist ein bisschen nervig der ist Hunger hart aber das ist dann normal ich werde dich auch manchmal nerven ich Hunger habe sonst nicht aber geben eine Codewort Katzensprache Beispiel ähm das einige Mautzen das will was aber was genau wissen wir nicht aber jedenfalls das richtig hollis einfach coole Socki coole Katze aber gerell von Katzen die schönste Tiere von der Welt finde ich von Katzen das schönste ist ähm sehr elegente Katzen geben welche von Katzen ich Angst ich habe geben auch welche ich keine Angst ich habe wie dieser Fall von unserer Katze von Holly die das handzahm ist aber bitte nicht von unserer Katze jagen gehen oder sonst was oder vergiften werden wenn das einer macht von meinen Abonnenten dann zeige ich euch an Katzen von katzenmörder von Katzenmörder von Katzenmörder ich hoffe ich eher weniger ich hoffe dass diese Leute das will ich nicht meinen Abonnenten haben das will ich nicht Katzenhassen das geben auch welche von Katzenhassen Wenn es Katzenhasser geben, vergiften, schlagen, treten, das geht gar nicht. Aber von Katzen ist es sehr intelligente Tiere, das auch interessant ist und eigene Wille hat. Ich finde es ein Gleiches von Frauen und Katzen zu Frauen, das auch eigener Kopf hat, klar ist aber nichts Schlimmes, sage ich immer ein Halszahmes, das einfach Essen geben, damit er fröhlich ist. Da wieder froh wird, essen, schlafen, putzen, draußen rumlaufen im Bezirgang, eine wahre schönste Leben von Katzen. Das ist meine Meinung von Katzen. Viel Spaß von diesem Video. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Tschüss.